Hallo manchmal, willkommen zurück auf Skyfactory Mega-Projekt. Ich habe gerade gelesen, dass Green Game geschrieben hat. So, was haben wir letztes mal gemacht? Ich weiß es gerade schon gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben danach noch hier einiges durchgesiebt. Ne. Hier haben wir Gravel. Was wollte ich für was wollte ich das für Dings wollte ich das um Redstone zu kriegen. Redstone haben wir aber auch noch. Ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Ich glaube, wir wollten zuletzt noch ein paar Solarzellen bauen. Wir brauchen Aluminium, Redstone, Glas und Holz. Machen wir das einfach mal. Drei Stück kriegen wir auf jeden Fall noch hin. So. Wie viel haben wir hier? Zwei. Ha. Sonst jetzt einfach mal noch da dazwischen. Geht ja nur darum, dass wir möglichst viel Energie kriegen. Natürlich in der Nacht ein bisschen schlecht. Dann hauen wir da gleich nochmal. Ach, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Aber Eisen haben wir doch auch irgendwo ganz viel gefarmt gehabt, oder? Hier, 47. Dann können wir uns ja nicht weiterbauen. Zum Beispiel zum Alois-Melder. Den brauchen wir, um die Legierung herzustellen. Dafür brauchen wir noch Kupfer, Eisen, äh, Gold Nuggets, Copan, Redstone, Redstone. Nein, ich habe alles Redstone verhauen. Also, da, da sehen wir nämlich schon, dass wir, was wir brauchen, mach ich jetzt mal so. Lass kurz den Sand nochmal crushen. Ach, wir haben doch noch Redstone. Dann ist ja, dann ist ja nur halb so wild. Egal. Brauchen wir trotzdem. So, Eisen Nuggets, äh, Gold Nuggets. So, dann haben wir ein Basic Capacitor. Dann machen wir uns ein paar Säune. Die kommen, glaube ich, in die Ecken. Dann kommt es da hin. Dann haben wir Machine Casing. Dann brauchen wir noch einen Caltron. Ähm, drei Öfen. Eins, zwei, drei. Und dann können wir schon Kaltron unten rein. Eisen dahin. Dann haben wir den Alois-Melder. Das ist schon mal sehr schön. Den Alois-Melder stellen wir aber mal jetzt auf die Seite. Zack. Und der kriegt auch sofort Energie. Oh, was ist denn da drüben passiert? Es gibt einen Haufen Mega-Solarzellen und anderes Zeug. Ja, ich muss sagen, die anderen sind hier ganz schön flott unterwegs. Der Quadruppel-Dinger ist schon voll. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Das kann ja wohl nicht sein. Was haben die gemacht? Alter. Da entstehen Hochhäuser. Ich probiere mal, ob jemand mit schlafen geht. Bitte, bitte noch jemand. Dann kriegt man nämlich ein bisschen Energie und der scheiß Regen hat auch. Danke. So, ähm, gut. Aha. So. 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 Sollen wir den Sand jetzt noch durchhauen, den Gravel. Ich denke, das macht Sinn, damit wir hier noch ein bisschen anderes Zeug rauskriegen. So. Daraus machen wir kurz zwei Compressed. Das habe ich ja mit dem Gravel zuletzt auch gemacht, dass ich den Compressed durchgehauen habe, weil das war einfach so viel, eine Menge. So. Ähm, Aloe Smelter. Jetzt brauchen wir noch ein Auto-Siefe. Ähm, Zygmash. Glaspane, Eisenblöcke und Eisen. Ein Eisenblock. Zwei Eisenblöcke. Ähm. Stringsbau. Nein. Ach so, ein Kack. Ich muss schon wieder hier Zygmash anbauen. Okay, dann machen wir das eben. Der Sand kriegt man gut. Dann können wir mal das Zeug wieder weghauen. Ähm, Glasspane brauchen wir noch. Und ich habe natürlich nicht mehr genug Sand, äh, Glas. Dann hauen wir das hier mal noch rein. 21. 22. 31. Warte mal, wir könnten das sogar hier im Aloe Smelter machen. Dann müssen wir keine Kohle mehr aufwenden. Oh, ne, warte mal. Kann ich da alles überhaupt? Ah, das kann ich chisseln. Okay. Dann können wir uns eine Chisel bauen. Und dann, chisseln. Nochmal das Glas. Ja, das ist ja easy. Ist ja easy. Ah, zu Hause. So, nochmal ein 3 Glas. Wo ist der, warum ist der so groß? Warum bist du? Was ist denn das? Das ist ein, das ist ein Wurfstern. Haha. Ist ja cool. Ist ja cool so ein Teil. Ein Wurfstern. Ich vermute mal, dass er mir gleich das geben wird. Von dem her, ähm, pflanze ich hier einfach schon mal alles hin fürs Autosieb. Ähm, dann brauchen wir noch das so, so und so. Wenn du noch einen bis 10 hast, hä? No, Sterne. So, ich brauche noch einen Croc. Nee, sonst kann ich den Zuschauern nichts zeigen. Ähm, ich muss erst noch so einen Croc bauen. So, so. So, da haben wir schon einiges an Silk Mesh. Äh, Silk. Oh. Gut, ich vermute, dass die Fäden jetzt schon reichen. Und ich vermute, ja, es liegen falsch, ne, will liegen richtig. Aber ich habe wieder, kein Platz mehr. Nee, dann reicht es doch nicht. Fehlt nur zwei. So, jetzt aber. Jetzt aber. Dann können wir gleich fast vollautomatisieren. Das finde ich cool. So, so und so. Hammergeil. Achso, nee, warte, den müssen wir ja da noch reinhauen, sonst haben wir immer noch nur. Hä? Achso, achso. Jetzt haben wir eine Autosieb. Und ich habe irgendwelches Werkzeug gekriegt. Ob sie einen Heditsch, also Axt und eine Schaufel. Danke, trotzdem. So, und hier kommt jetzt Autosieb. Endlich. Brand haben wir jetzt nochmal da rein. Dann hauen wir das hier weg. Und setzen da nochmal eine Transfernot hin. Das müsste so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. So, von hier nach da. Seht ihr, seht ihr, seht ihr, es funktioniert. Aber der hat keinen Strom. Ja. Hä? Gute, gute Frage. Der ist einfach irgendwann aufgetaucht. Also, ich weiß auch nicht, wie der Mosi-Stone gekommen ist. Kannst du da runterlegen. Dann baue ich ihn hier ab. So, also saugeil, unser Autosieb arbeitet. Der kriegt halt im Moment noch nicht viel Strom. Warte mal. Setz mal mal noch eine Solarzelle hier dran. Green Gamer. Hm, das ist er abgehauen. Und dann kriegt er das im Moment mal nicht. So, wir brauchen jetzt noch eine andere dicke Solarzelle, dass wir die hier doch dran pappen können. Ich weiß im Moment nicht, ob die anderen Solarzellen mir hier den Strom klauen. Oh, Glück gehabt. So, ich haue mal hier noch ein paar dran, weil dann produzieren die vier nur für dieses Teil. Wir haben, wir haben, wir haben wirklich eine Automatisierung, Leute. Glaubt ihr uns das? Das ist fast unglaublich. So, wir haben hier zwei, vier, fünf. Das heißt, ich brauche noch drei Solarzellen. Ähm, ich muss noch ein bisschen Sand braten. So, und dann hauen wir hier noch Gobblestone rein. Ich brauche noch drei Solarzellen, dann kann ich wieder so eine große machen. Solar. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da in die Mitte setzen musste. In Redstone Reception Coil. Das ist überhaupt kein Problem für uns. Kann ich die Transfernote ausstellen? Ich glaube ja. Das war ja einfach mit einem Lever, glaube ich. Und so und so. Genau. Dann sammelt er das nämlich da drin, hoffentlich. Ach, das funktioniert gerade nicht, weil hier da das drin ist. Okay, aber wie wir sehen, hier sind sieben Gravel drin und hier kommt nichts an. Also funktioniert das so. Wenn ich da ein Lever dran setze, dann ist der deaktiviert. Dann ist das schon mal sehr vorteilhaft für uns. Und drei gibt es. Nicht da hin. Ach, der ist immer der Scheiß mit der Chisel, wenn man die in der Hand hat. Aluminium. Mal zwei. Warte mal, da machen wir noch eine Transfernote da dran. Und uns noch eine Doppelkiste. Wir haben noch. Wir haben noch. Eine Doppelkiste. Wir kriegen das gleich alles gebacken. Glaubt mir. Glaubt mir, glaubt mir, glaubt mir. Ich habe einen Plan. Seht ihr, seht ihr, es funktioniert. Es kommt das Zeug hier rein. Wir hauen hier jetzt einmal so viel Zeug durch, wie geht. Ich bräuchte ein bisschen Kohle. Gehe ich da aber nicht raus. Und Tag bräuchte ich eigentlich auch. Aber das Einzige, woran es eigentlich gerade hängt, ist Glas. Dass wir kein Glas haben. Deshalb hauen wir hier mal den Gravel rein. Wenn wir Glas haben, können wir uns weitere Solarzellen bauen. Letzteson haben wir nämlich noch. Und den Redstone Reception Coil, den machen wir uns jetzt mal schnell. Und dann kriegt man die zweite fette Solarzelle. Was heißt fett? Level 2 Solarzelle kriegt man heute noch hin. Und das ist dann schon ziemlich gut. Ich muss auf Glas warten. Ich brauche Kohle, damit ich da nochmal den Generator befüttern kann. Ich könnte natürlich auch den Alois Melder mit Solarenergie befüttern. Aber so viel haben wir im Moment noch gar nicht. Darum müssen wir so arbeiten. Zwei brauchen wir noch. Klar, die kleinen Solarzellen produzieren in der Nacht ja überhaupt nichts. Das müsste erstmal reichen für unsere zweite große Solarzelle. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann machen wir uns noch Solarzelle. So, ist das alles langsam, aber sicher ein Fortschritt. Guck mal, hier auf 15, dann kriegen wir sogar 6. Ne, 15 durch 3. Kriegen wir 5 Solarzellen raus. Wenn wir genug Holz hätten. So. 5, 6, 7, 8. Dann haben wir da nochmal 2. Die bauen wir jetzt auch mal kurz ab. Überlegt mal, überlegt mal, wie schnell das jetzt gerade ging. Einfach durch das, dass wir hier... Eigentlich müsste der jetzt auch arbeiten. Aua. Hey Leute. Muss ja nicht sein, oder? Warum arbeitet der hier vor... Okay, der hat hier noch den Generator nebendran. Aber wieso? Hat die Solarzelle vielleicht auch ein Redstone-Signal? Ne. Hä? Ich dachte... Ich dachte, die arbeiten, wenn die... In der Nacht... Habe ich wohl falsch gedacht. Wollen wir uns mal ein bisschen essen. Das können wir dann auch eigentlich direkt hier... Zumindest Brot können wir uns machen. Und dann die Potatoes auch. Ach, die kriege ich jetzt gar nicht rein, weil der... Schon voll ist. Hallo? Okay. Und ein... Warte mal. Na ja, jetzt machen wir die nächste Folge. Wir machen uns nächste Folge eine Leadstone-Energy-Cell, damit wir unsere Energie speichern können. Weil sonst müssen wir immer gucken, dass wir an Energie kommen. Wir haben den Aloe-Melder. Das könnte ich gerade mal gucken. In Energie... Conduits. Dafür brauchen wir... Binder Composite. Zwei Clay-Hammer noch. Wir haben da drüben noch... Vier Fässer mit Wasser. Der Sand ist kein Problem. Conductive Iron kriegt man... Redstone und Eisen im Aloe-Melder. Das ist gut. Wir haben hier noch... Äh... Ein bisschen das drin. Und Eisen kriegt man bestimmt auch noch irgendwie. Ja. Von dem her... Läuft alles im Moment. Ähm... So wie es sein soll. Ja, jetzt wird wieder produziert ein Strom hier. Ich hau mal hier noch eine dran. Und da noch eine dran. Das sind zwar bloß... Ähm... Keine Ahnung. Ich glaube 64 RF pro Tick. Aber das ist immerhin mehr wie ohne. Ja. Geht gerade schon ein bisschen gut ab bei mir hier. Da bin ich... Bin ich relativ froh drum. Essen kriegt man auch gerade. Sieht im Moment gut aus. Das hauen wir mal da wieder weg. Brauchen wir mal nicht. So. Also. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Meine kleine Autoproduktion. Die werden wir da hinten jetzt dann demnächst mal umlagern. Weil ich ja hier vorne einfach nur hässlich gebaut habe. Oder zweckdienstmäßig. Ähm. Zweckdienstig heißt das glaube ich eigentlich korrekt. Äh. Warte mal. Wir haben noch... Wir machen noch was anderes. Wir machen noch was anderes, Leute. Wir machen hier noch... Eine Kiste. Und das hier. Kennt ihr das? Eine Nobo. Den setzen wir da dran. 4, 5. Und dann hauen wir hier den Stein noch rein. Ja. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen. Also dann haben wir hier einen Puffer. Der schiebt alles hier rüber. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade funktioniert. Sieht irgendwie nicht so aus. Dann probieren wir mal, ob wir den oben drauf platzieren können. Die Salatzeile muss dafür weg. Oh, ich dachte, die fällt runter. Und dann pflanzen wir mal den Hopper oben drauf. Und gucken mal, was passiert. Das funktioniert. Ja, Wollo. So. Also, der macht jetzt hier den Dust voll durch. Der kommt hier in die Kiste. Wenn der Dust durch ist, wird hier der Gravel durchgeschickt. Ja. Der kommt dann hier rein. Wird auch direkt gesiebt. Und dann sollte man nächstes Mal schon einiges an Ressourcen haben, weil hier sind auch noch 5 Stacks Cobblestone drin. Ja. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich werde sogar den Gravel hier oben nochmal reinmachen, glaube ich. Kriegen wir Sand. Ach nee, Sand will ich nicht gesiebt haben. Ja, machen wir einfach. Lassen wir einfach so. Also, das ist also unsere erste wirkliche Automatisationsstraße. Dann nenne ich das jetzt mal einfach. Und sie wird uns ordentlich weiterbringen. Weil wir müssen nicht immer alles selber durchsieben. Wir können uns in der Zwischenzeit um andere Sachen kümmern. Zum Beispiel um weiße Bäume. Was völlig blöd ist eigentlich. Ich weiß gar nicht. Hat der... Ist es der... Nee. Musste jeden trotzdem einzeln abbauen. Ich habe mir überlegt, ob das diese Lumber-X ist. Leider nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst nennen irgendwas da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Leute.